Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich lesen über die Eigenschaften eines Christen, wie er eigentlich sein sollte. Und da schreibt Apostel Paulus in Römer 12, ja, der listet gerade so die Eigenschaften auf, mich haben sie sehr gerührt und ich möchte dich auch mit euch teilen. Vom 9. Vers. Und wenn ein Mensch dieses alles so hat, die Liebe sei ohne falsch. Was ich tun muss, das Gute, das tue ich gerne. Ich bin im Geist brünstig, ich bin ständig im Gebet, ich bin fröhlich in meiner Hoffnung. Und das alles, und wenn etwas so ist, dann komme ich mit Ehrerbietung zu jedem Menschen. Man möchte doch mit solchen Menschen leben, mit solchen Christen, ja. Und wir sehen doch, um uns manchmal fehlen solche Menschen, ja. Und dann möchte man, Gott, gib doch diese Eigenschaften, helft doch mit deiner Liebe auch so weiter lieben. Aber es geht weiter. Ja, so sollte man sein. Es geht nicht um mich, es geht, dass ich jemand eine Hilfe sei in diesem Leben. Und auch wenn jemand da ist, herberge gerne. Nimm zu dir die Leute, sei gastfreundlich. Wenn eine Not ist irgendwo, schau, was du da helfen kannst. Und schau also wirklich, dass du diese Liebe liebst, die Jesus dir gegeben hat. Fleißige dich in der Ehrbarkeit gegen jeden Mann. Und tue nicht Böses gegen Böse. Du machst nur das Gute. Der Herr wird schon sorgen für jeden Menschen, wenn er auch etwas Falsches tut. Wie soll es eigentlich geschehen im Leben? Weil wir sehen, es ist doch nicht so sehr oft zu sehen, dass der Mensch mit diesen allen Eigenschaften voll ist. Und da denke ich an die Worte Jesu. Gerade an die letzten Worte, wo er schon also wirklich die letzten Tage mit seinen Jüngern war. Und da hat er so viele interessante, wichtige Sachen geschrieben. Besonders wie Johannes das auch erzählt, diese letzten Tage. Und da zum Beispiel in Johannes 14, da lesen wir Folgendes. Was sagte Jesus zu seinen Jüngern? Liebet er mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich. Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen. Denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ganz interessantes Wort. Jesus sagt, ich gehe, ja. Aber er macht sich Gedanken, wie sollen die Christen weiterleben? Wie sollen sie wirklich zu diesem Bild werden, zu diesem wunderbaren Bild von einem Christ, so wie Paulus es auch hier so schön sagt. Er sagt, der Heilige Geist kommt. Und der Heilige Geist wird euch trösten. Wisst ihr, wie es wichtig ist, manchmal getröstet zu sein? Du machst und tust und irgendwie weißt gar nicht wie weiter. Und dann in dir ist dieser Heilige Geist, der dich tröstet und sagt, super, das geht weiter. Du wirst mein Jesus sehen, nicht nur so im Gebet oder so, aber auch vor Augen richtig. Jesus, der hier war auf der Erde, der für die Menschen gestorben ist, du wirst mit ihm ewig leben. Oder auch einen anderen Trost. Dieser Trost. Und er sagt, diese Heiligen Geisten kennenbekommen nur die Gläubigen an Jesus. Die Welt kann es nicht. Die Welt, die Jesus nicht angenommen hat, die ihn sogar ans Kreuz genagelt hat, die kann ihn nicht annehmen. Sie glaubt ja nicht an ihn, dass er gestorben ist. Dass er für die Menschen gestorben ist. Dass er für sie alle Sünden trägt. Dass er auch verstanden ist. Die glauben an das gar nicht. Die können ihn auch nicht aufnehmen. Aber die werden beglauben. Der wird auch nicht nur mit ihnen sein, aber sogar in ihnen sein. Und das ist so wunderbar. Und wenn man diese Kraft des Heiligen Geistes im Leben hat, dann kann man auch das Bild, das hier so wunderbar von diesen Menschen in Christus beschrieben ist, auch wirklich lieben. Wir können uns dazu Gnade geben. Dann wird er nicht sagen, das ist für jemand anderes. Nein, es ist für dich. Und wie schön ist, wenn die Liebe auch nicht falsch ist. Wie schön, wenn jemand dem Gutem anhängt. Wenn die brüderliche Liebe so wunderbar ist. Also auch Liebe zu allen Menschen. Das ist doch so wunderbar. Wenn man geduldig ist im Trübsel. Wenn man kann auch, wenn jemand etwas nicht so tut, dann kann man trotzdem ihm so brüderlich zu ihm kommen. Mit Ehrerbietung. Ihm also helfen, wieder also aus der Not, aus dem Fehler rausgehen. Oder mit den Fröhlichen wirklich fröhlich sein. Oder mit den Leidenden auch wirklich das Leid tragen können. Oder mit Gebet unterstützen. Das ist doch so wunderbar. Wenn die ganze Welt voll diese Menschen wäre, dann wird der Himmel schon hier auf Erden. Danke Jesus für dieses wunderbare Wort. Danke für den Heiligen Geist, der uns hilft, das so verwirklichen. Wie du es auch in deinem Wort sagst. Amen. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017